Wie ist die Schnellladestation für Elektrofahrzeuge in Hamburg? Wir müssen viele Innovationen umsetzen, die wir im Rahmen der Energiewende benötigen, um Strom aus erneuerbaren Energien besser zu speichern und nutzbar zu machen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Anders wird die Energiewende nicht gelingen und wir sind als Partner der Stadt Hamburg hier in der Hafencity in einer Vielzahl von Projekten aktiv. Wenn Sie Interesse haben, sich das anzugucken, jederzeit gerne. Meistens ist das Wetter auch schön in der Hafencity, so wie heute. Und wenn Sie schon ein Elektroauto haben, bringen Sie es mit und nach einer halben Stunde ist es wieder vollgetackt. Viel Spaß und einen schönen Tag. Tschüss.